Eigentlich ist es zur Zeit sehr ruhig im Bayerischen Landtag. Sommerpause, die Abgeordneten sind in ihren Heimatbüros. Trotzdem brodelt die Gerüchteküche, denn zum ersten Mal seit 50 Jahren besteht die Möglichkeit, Mehrheiten jenseits der CSU zu bilden. Entscheiden werden das aber die Freien Wähler. Sie sind das Zünglein an der Waage. Aber wohin tendieren die Freien Wähler? Wir haben den Fraktionschef Hubert Aiwanger gefragt. Herr Aiwanger, mit wem wollen die Freien Wähler denn nun eine Koalition bilden? Mit der CSU oder mit SPD und den Grünen? Zunächst mal ist ja festzustellen, dass es noch zwei Jahre sind bis zur nächsten Landtagswahl und es ist mit Sicherheit etwas verfrüht, heute schon Koalitionsspekulationen zu beginnen. Aber gleichwohl spricht es natürlich für uns, dass uns momentan sowohl die CSU als auch Rot-Grün als potenziellen Koalitionspartner sieht. Wir wollen Zünglein an der Waage sein und vernünftige Politik für Bayern machen. Sie haben aber auch gesagt, dass ein Regierungswechsel gut für Bayern sei. Und dass die CSU so arrogant geworden sei, dass ihr eine Auszeit nicht schaden würde. Dass die CSU sich immer noch nicht von dem Gedanken trennen kann, allein zu regieren. Sie haben immer noch Probleme mit anderen politischen Kräften, vor allem auch mit den Freien Wählern, vernünftig und unvoreingenommen zusammenzuarbeiten. Und es würde der CSU natürlich nicht schaden, nochmal eins auf die Mütze zu bekommen. Wir haben damals dafür gekämpft, dass sie die absolute Mehrheit verlieren. Und wir kämpfen jetzt dafür, dass sie 2013 auch keine schwarz-gelbe Mehrheit mehr hinbekommen. Dann müssen sie sich den Themen der Freien Wähler noch weiter öffnen. Haben die Freien Wähler denn bei ihren politischen Inhalten nicht mehr Gemeinsamkeiten mit der CSU als mit Rot-Grün? Die Freien Wähler stehen ja in der vernünftigen bürgerlichen Mitte und können damit im Prinzip aus dieser Position der Mitte heraus mit beiden Lagern zusammenarbeiten. Wir haben natürlich auf der einen Seite Überschneidungen mit der CSU, auf der anderen Seite auch bei Themen der erneuerbaren Energien, Ablehnen der grünen Gentechnik und so weiter, auch Überschneidungen mit Rot-Grün. Und es gilt jetzt einfach hier herauszufiltern, mit wem wir für Bayern am meisten umsetzen können. Wie wichtig sind Entscheidungen über Großprojekte wie die dritte Startbahn bei Ihrer Entscheidung für oder gegen einen bestimmten Koalitionspartner? Wir haben immer diesen Größenwahn der CSU kritisiert. Das war früher der Transrapid. Das ist momentan der Bau der dritten Startbahn oder der zweite Münchner S-Bahn-Tunnel oder auch die Donaustaustufe bei Deckendorf. Wir lehnen diese Milliardengroßprojekte ab, weil sie wirtschaftlich sinnlos sind, weil sie Steuermilliarden verbraten, die wir an anderer Stelle dringend bräuchten. Und damit sind diese Themen natürlich für uns äußerst wichtig. Wer auf diesen Großprojekten beharrt, der wird es schwierig haben, mit den Freien Wählern einen Unterstützer zu finden. Die CSU steht klar für diese Großprojekte. Christian Ude, Münchner Oberbürgermeister und möglicher Spitzenkandidat der SPD, ist auch dafür. Was heißt das konkret für die Freien Wähler? Dann gehen wir auch genauso gerne wieder in die Opposition und sagen, dann muss eben die CSU mit der SPD regieren. Dann haben sie beide Großprojektbefürwort an einem Tisch. Aber das wird nicht kommen. Ich bin überzeugt, dass wir uns am Ende durchsetzen werden, dass sich die politische Vernunft durchsetzen lässt. Und das heißt eben, die nächsten Jahre keine dritte Startbahn. Was in 10 oder 20 Jahren ist, das werden wir dann beurteilen, wenn es so weit ist. Heute ist es noch nicht so weit. Was unterscheidet die Arbeit der Freien Wähler im Parlament von der Arbeit der anderen Fraktionen? Dass wir unvoreingenommen und pragmatisch an die Probleme rangehen. Wir schauen zunächst mal, um welchen Inhalt es geht und lesen nicht gleich in der Überschrift, welche Partei dieses Thema vorgeschlagen hätte. Es ist ja bei den anderen so, wenn der falsche Parteiname oben drauf steht, wird sofort alles abgelehnt. Wir sagen, uns interessiert nicht, von wem die Vorschläge kommen. Wenn wir aber sehen, die Vorschläge haben Sinn, dann unterstützen wir das. Egal von wem das kommt, das ist unser politischer Pragmatismus. Warum wäre es für Bayern ein Gewinn, wenn die Freien Wähler an der Regierung beteiligt wären? Weil die Freien Wähler eine unabhängige Politik reinbringen. Wir sind ja unabhängig von Konzernspenden und können damit frei entscheiden. Wir haben sehr viele gute Leute, auch an der kommunalen Basis, die uns im Prinzip auch die Themen vorgeben. Wir können auf viel Erfahrung zurückgreifen und sind einfach eine Gruppierung, die ideologiefrei sich an dem Wohl der Menschen orientiert. Wir können auf viel Erfahrung, die wir sehen, wie 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 wir sehen